Ein typischer Arbeitstag von mir fängt mit dem Daily Stand-up an. Ein kurzes Meeting, das wir als Team den heutigen Tag besprechen können. Nachher schaue ich den Fortschritt des Projekts mit einzelnen Team-Members an und sammle Inputs der verschiedenen Stakeholders, die wir haben. Mein Name ist Ad Everhardt, ich bin Visual System Engineer und Product Owner bei der UAG. Diese Stelle habe ich gefunden, nachdem ich mein Masterstudium mit einer Vertiefung in Mixed Reality abgeschlossen habe. Was mir bei der UAG besonders wichtig ist, ist, dass ich mit motivierten Leuten an spannenden Projekten mit interessanten Technologien arbeite. In unserem Team entwickeln wir mit Scrum Agile. Das heisst, wir brauchen eine Kombination aus technischem Know-how, Business Development und Projektmanagement Skills. Momentan arbeite ich an Pantera. Eine holographische 3D-Karte der Schweiz. Dank Augmented Reality kann die Polizei, die Feuerwehr oder das Militär taktische Einsätze planen oder verschiedene Übungen und Ausbildungen damit machen. Was mich allgemein am meisten fasziniert an dieser agilen Entwicklung, ist die aktive Teilnahme der Kunden und dass wir so gezielt auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Das wird so geziegelt. igu surgeon